Inspektion von Welzlagern Ultraschall ist eine der effektivsten Technologien zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Instandhaltung. Sie können damit beginnende Schäden an rotierendem Equipment in allen Drehzahlen feststellen. Bei der Lagerinspektion verwenden wir die Methode des Körperschalls und stellen den Kontakt zwischen dem Messgerät und dem Welzlager her. Wenn wir nun in das Lager hineinhören, sollte ein ruhiges, gleichmäßiges Geräusch zu hören sein. Erstellen Sie eine Messroute in DMS mit den Referenzwerten, laden Sie die Route in das Messgerät und starten Sie Ihre Prüfung. Vergleichen Sie Ihre Messung mit dem Referenzwert. Für eine tiefere Diagnose nehmen Sie die Geräusche auf und analysieren Sie diese in unserer Spectralizer Software.